Ich verstehe das Konzept nicht. Du bist also praktisch einfach so auf die Welt gekommen. Ja, ich meine, der Gott hat uns geschickt und wir sind da. Wir sind ein Teil von ihm, aber ich kann nicht sagen, dass ich der Gott bin. Aber da ist keine Entwicklung, wo du Kind warst und jetzt? Nein, da ist kein Prozess. Also wir sind da, wir sind da. Das ist alles. Hast du regelmäßig Kontakt mit anderen Avataren? Ja, wir sind alle zusammen. Wie viele gibt es den Gefährten, die jetzt gerade inkarniert sind auf der Erde? Ja, viele. Manche sind non und manche sind auch non, aber wir sind alles zusammen. Betragen sich die Avatare untereinander? Sind die Avatare einer Meinung oder elf? Nein, nein, nein. Nein, nein. Sie wollen mit meinen. Keine passt zusammen. Genau. Sie passt nicht zusammen. Nein, passt nicht zusammen. Gibt es auch so? Streit? Ich weiß nicht, aber jeder hat ihre Wohlen Meinungs. Für mich ist kein Problem, dass er dies, aber wir haben keine Meinungs. Vielleicht muss es sein, dass Leute zusammenatmen. Man muss eine Regel haben. Die Wohlen zusammenatmen. Man muss nur mich vorgen, der Wohlen zusammenbleiben. Meine manche Leute glauben. Also, Sai Baba hat gesagt, viele Leute, das muss machen. Sai Baba sagt, richtig zu machen, aber die glauben nichts anderes. Manche Leute, Sai Baba sagt, nein. Nein, das ist praktisch. Sie glauben nicht. Sie glauben nicht, aber sie sagen, ich höre deine Wohlen oder etwas. Inneren Wohlen. Inneren Wohlen. Inneren Wohlen. Hat sein Baba auch nicht die Avatare? Oh Gott. Ja. Also beide. Auch der Shirif und Saak. Das Shirif war aber, wie gesagt, das war lange Zeit. Beide, beide eine, zwei. Du sagst auch, dass es direkt nach dem Divine geht, wie der Wasser direkt nach dem Meer geht. Was ist das, wenn wir über Engels sprechen, und die Spiritualen Guides, und die Sprache? Was ist das? Manchmal macht es mich einfach wunderschön. Ich denke, dass die einzige Liste und die Liste zu folgen ist, die Liste direkt nach dem Divine. Nein, aber andere Menschen, andere Gurus, andere Avatara, andere Religionen sind da. Aber manchmal wird es folgen, und dann wird es nicht folgen. Ich meine, wenn Sie wollen, Sie können es folgen. Aber vielleicht wird es folgen, vielleicht ein paar Jahre, dann wird es folgen, dann wird es folgen, dann wird es folgen, dann wird es folgen, und dann wird es folgen. Das ist okay. Ich meine, da ist nichts falsch. Das ist nur die Meinung. Das ist wichtig, wenn Sie folgen, wenn Sie folgen, diese Gurus oder diese Gurus können Sie gehen und machen. Das ist okay. Ich möchte nicht folgen, einen Gurus folgen. Ich möchte nur eine Art, die man direkt finden, ohne zu folgen, anderen zu folgen. Wie Sie sagten, Sie gehen von der Rive nach dem Meer. Sie gehen einfach direkt. Ja, dann wird es folgen. Ja, dann wird es folgen. Wenn Sie denken, dann wird es folgen. Menschen lieben, hier und dort zu gehen, zu erhalten, zu erhalten, aber das ist auch okay. Man kann nicht sagen, nicht zu gehen, oder zu folgen. Das ist okay. Wenn man sich direkt fühlt, zu Gott, zu Absolut, dann ist das okay. Dann haben wir keine Gedanken darüber. Aber bis dahin, müssen wir hier und dort und dort finden, den richtigen Ort. Wir können das versuchen. Ja. Ich würde gerne fragen, ob Sie wissen, ob Sie in Kontakt mit der Südmeer und Sri Auroben? Ja. Wir sind alle in Kontakt mit uns. Das ist okay. Whoever es ist. Wir sind alle zusammen. Aber physisch, wir kommen nicht zusammen. Aber alle Gurus, Avtara, wir sind alle zusammen. Aber physisch, wir kommen nicht zu einem Ort, oder zu einem Ort. Wir sind nicht mit uns zu sprechen. Ja. Das ist physisch. Ja. 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 Wir sind gleich, aber nur die Namen sind ... Das heißt, Abataren und Opinien? Ja. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das mit dem Maast? Das ist das mit dem Maast? Das ist das mit dem Maast? Sie möchten etwas verstehen. Sie sagten, dass wir auf Paramatmen und die Gruppen sind. Und dann ist er... Paramatmen oder diejenigen, dass wir glauben, Nicht nur Paramatman, wenn man Jesus glaubt, man kann es sich beschäftigen, wenn man unsere Guru glaubt, man kann es sich beschäftigen. Es betrifft auf deine Bedeutung. Sie wurde dann gefragt, wie man die Bedeutung von Paramatman und der Master kombiniert. Oh, es kommt automatisch. Es ändert unsere Jaffa, unsere Devotion. Es ändert automatisch. Habe ich den freien Willen zu sagen, ich inkarniere neu? Oder sagt Gott, du inkarnierst, oder inkarnierst nicht? Also habe ich freien Willen zu sagen, du bleib im Himmel? Ja, der sagt, wenn du weinigst, wenn du in dem Moment bist, die Sankt nachdem will, wenn du dich vorst, wenn du in den Moment bist, deutom hereinwäriert bist, wenn du dich in die Gse, in das Paramatman erteidigst, diese Zeit bist. Es geht um diesen Moment. Okay. Sie wollen oder nicht kommen. Aber wenn die Zeit kommt, Sie werden so oder so kommen. Ja. Sie können sagen, das ist die letzte Reinkarnation. Oder Sie können sagen, wir kommen und wieder und wieder. Genau. Und es handelt auf, was Sie wünschen, auf der letzte Moment ist. Sie wollen hier wieder zurück? Oder Sie wollen mit der Leitung oder mit dem Ganzen. Vielleicht wollen Sie mit Ihrer Guru, Sie wollen mit dem Ganzen. Es handelt auf diesen Moment. Wenn ich im letzten Moment die Falsche entscheide? Das macht nichts. Ja, aber es ist ja so. Es sind nur fünf Makhlika. Sie wollen mit dem Ganzen, Sie wollen mit dem Ganzen, oder Sie wollen wieder zurückkommen hier. Das sind nur zwei Dinge. So, nichts ist schlecht. Wenn Sie zurückkommen hier ist okay. Wenn Sie wieder zurückkommen ist okay. Both sind gut. Und Sie können nicht wählen zwischen etwas, Sie wissen nicht. Sie können auch nicht wählen. Sie können auch wählen. Aber es ist ja spät. Wir gehen. Sie können auch noch mit. Das heißt, Sie können auch mit dem Ganzen, wo es kommt, wo in den Ganzen, wo es kommen, wo es kommen, wo es kommen. Untertitelung. BR 2018 Trovarsi in mezzo a situazioni senza uscita E riscoprire a un tratto la semplicità Chiamalo amore Chiamalo amore E risponderà Far pace coi ricordi per ricominciare E non lasciarsi dietro mezza verità Chiamalo amore Chiamalo amore E amore sarà Chiamalo amore Tu chiamalo amore Anche se ti tradisce Tu chiamalo amore E quando il gioco finisce E non hai più parole Tu chiamalo amore E camminare senza affetta per guardare E faccia senza più paura la realtà Parlarsi tanto fino ad arrivare al cuore Sapendo quanto costa la sincerità Tu chiamalo amore Chiamalo amore Anche se ti tradisce Tu chiamalo amore E anche se sono carezze E se ti spaccano amore E se ti spaccano il cuore Tu chiamalo amore Tu chiamalo amore E amore sarà Chiamalo amore Chiamalo amore Tu chiamalo amore Tu chiamalo amore Anche se ti tradisce Tu chiamalo amore E anche se sono carezze Sì Come ti spaccano il cuore